Sie füttern schon wieder die Tauben. Was bilden Sie sich denn heidelich ein? Samstag, sowas! Drinnen liegt die Finger und die Gurken im Klorasse herum, dass es eine wahre Freude ist. Kunstfälligst die beiden Herzen und die halbe, die Milz in Schubblatt. Kunstfälligst ist der Kass aber eine Schlamperei. Fräulein, jetzt hören Sie mich aber genau an. Nämlich, ich beobachte Sie hier vor dem Wohlfahrtsamt bereits schon seit Jahren. Ich werde mich heute auch erinnern tun an eine liebe Tote von mir, wie gesagt. Wer war denn diese Tote? Du hast dich etwas verändert, Alfons. Früher warst du trauriger. Wie das? Halt melancholischer. Oh, das bin ich doch jetzt auch noch. Das wäre doch gelacht. Und eben wohl Sockenhalter zu tragen. Was will man denn von mir? Sie haben von der Polizei einen Unterkommensauftrag gekriegt. Darin steht, dass Sie sich innerhalb dreier Wochen um ein einwandfreies Unterkommen umsehen sollen. Sie haben aber weder Arbeit, noch haben Sie nachgewiesen, dass Sie sich um eine solche bewüht haben. Sicherungsinspektor, ich habe mich geirrt, Herr Generalstaatsanwalt. Auge um Auge, Zahn um Zahn.